Willkommen bei Hannes Bike Galerie. Seit über 10 Jahren bieten wir unsere Produkte und Dienstleistungen rund um das Velo an. Die Qualität vor die Quantität, das ist unser Motto. Wir sind spezialisiert auf vollgefederte Mountainbikes. Du kannst diverse Bikes testen und die Technik erleben. Hast du einen speziellen Fahrwunsch? Unsere Alltags- und Tourenvelo werden individuell nach deinen Wünschen zusammengestellt. Mit dem Elektro-Velo überwindest du jede Steigung mit einem Lächeln. Probiere es! Stell dieses Rennvelo nach deinen Ideen am Computer zusammen mit Project One von Trek. Ob es ein Kinderanhänger ist oder ein Velo für den Schulweg, die Bedürfnisse der Kinder werden bei uns nicht vergessen. Wir legen grossen Wert auf eine seriöse Beratung. Darum bist du bei uns ausgemessen und das Computerprogramm berechnet dann deine optimale Sitzposition. In unserer Werkstatt werden die Arbeiten sauber und termingerecht erledigt. Und übrigens, bei uns weisst du, was es kostet, bevor wir anfangen mit Schrauben. Unsere Spezialgebiete sind Scheibenbremse, Federgabletuning und Rädchen einspeichen. In unserer Boutique kannst du dich von Kopf bis Fuss einkleiden. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf eine gute Velohose und eine breite Auswahl an Schuhen. Bei uns kannst du einfach nur vorbeikommen und einen Kaffee trinken oder die neuesten Zeitschriften lesen. Bei uns wirst du von beiden Inhabern persönlich bedient. Der Henne ist verantwortlich für Technik und der Sascha für die Administration. Komm vorbei, wir freuen uns auf deinen Besuch. Wir freuen uns aufっていう. Wir freuen uns auf, bis zum Beispiel. Wir freuen uns auf, bis zum Beispiel zur accountability. Y sind ein Wien und noch sich dazu bereit ausgelistmt. Er lebens15-Groß. Wir freuen uns auf, bis zum Beispiel vor das 축这一ache, Danke schönes miros und cranstconscious. Und ein W buenos fonction ist denn, worden sicher.